Sind die jetzt alle wieder am Leben, oder sind die tot? Nein, hier liegen Brocken rum. Ich denke mal... Ich denke mal... Guck mal, hier liegt so ein Ding. Das hat aber nichts zu sagen. Ich habe mir noch keine Munition gekauft hier, ne? Ich habe auch nicht das Gefühl... Na gut, ich spiele ja im leichtesten und Schwierigkeitsgrad. Ich brauche eine Werkbank. Ich will endlich mal die Sachen zumindest gucken, was ich durchmodifizieren kann. Auch was die anderen so benutzen. Das muss ja auch gemacht werden. Guck mal, da teilt sich der Weg. Wir gehen erstmal in diese kleine Siedlung. Gucken. Was immer das ist? Da ist Bewegung. Guck mal. Guck mal. Das wird auf音stehärten. Das wird verschenkt! Dramatparty goes. Guck mal. Guck mal. Ich treffe nicht. Da kommt was ab. Ich hoffe, das waren alle. Fußballkarte Marina. Hä? Was hat denn der alles hier? Guckt Leute, wen hat der alles? Eine schwere Waffe hat der auch noch drin. Da ist noch einer. Das hört gar nicht auf hier. Achso, das sind so, ne? Was ist mit meinen Leuten? Elli? Elli? Pavati? Elli? Ach, da seid ihr. Geht's euch gut? Die hat's ganz schön erwischt, ne? Hatte ich das Gefühl. Hier ist nicht mal was drin. So, jetzt sag nicht, hier ist alles zu. Ah, hier kann man was aufsperren. Was ist das hier? Nehm ich mal an. Eine Relaiszugangskarte. Die hab ich natürlich wieder nicht. Die können wat ab, ne? Die können wat ab. Oh, das war noch. Ein Satz mit X. Hier liegt doch was. Ah, ich vertüdel mich. Wo vertüdel ich mich denn? Außerdem bin ich alt und hüdelig. Ich darf dat. Einsame Kreuzung. Guck, hier haben wir denn wieder so'n Ding da. Das ist cool. Da haben die beiden sich wiederholt, ja. Wenigstens wat. Ich hab hier eine Deckung. Ah. Du, ich hab hier was für dich. Halt still! So, habt ihr brav gemacht, beide. Die Frauen sind sehr rabiat hier. Guckt euch das mal an. Wenn du nicht spurst, wirst du demontiert. Ja. So sieht dat aus hier. Ich wär sehr vorsichtig. Beim Umgang mit ihnen. Sag mal. Hier ist doch auch wieder nix, ne? Hier ist gesperrt. Ich brauch die Schlüsselkarte des Jäger-Außenpostens. Oh. Ne, zu. Wo krieg ich die denn wieder her? Wo bin ich denn hier überhaupt? Das hat keine verlassene Unterschlupf, verlassene Leestation. Immer braucht man hier irgendwas. Hier liegt wer? Hier liegt was? Monark! Alphamüter. Ich bin der Alphamüter-Töter! Die wollte wieder ausschwärmen. Das hab ich hier verdorben. Ein Wasserfall. Was? Access? Bin ich nicht autorisiert? Na gut. Wir müssen ja woanders hin. Da ist der Weg. Ach du Scheiße. Da wartet schon der Nächste auf mich. Auf uns. Auf euch. Hier Frauens. Da. Eine Königin. Tötet die Königin. Oh. Schnelle. Mach doch mal hin. Oh. Das dauert immer so lange. Und dann brummt das Handy dazu. Das macht mich verrückt. Und da hat das gar nicht mal was zu brummen. Ah. 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 Also wenn man keine Waffen hat, man kriegt zwischendurch welche. Attack. Attack. He. He. Ach. Gut. Ellie. How does that? Das war gut, Ellie. Das hast du gut gemacht. Ich finde auch immer nur 10, ne? Die anderen Kräfte, die anderen hier haben auch noch andere Sachen. Wo sind wir jetzt? Ich muss mal gucken. Da sind wir. Ah, guck mal hier, Schnellreise. Ach, das ist die Borstfabrik. Da müssen wir auch noch hin. Aber da brauchen wir erst einen Ausweis. Aber ich gehe jetzt erstmal hier das erledigen. Nebenher kriegen wir ja das ganze Gelände erkundet. Hier geht's! Da geht's! Oh, das ist der Schnellreise! Hier geht nichts! Das war der Parvatihammer, der legendäre, ja? Ja, ich sollte das viel mehr einsetzen. Die Möglichkeiten, die sich hier bieten, wenn man die Leute mitnimmt. Na, das kommt davon, wer während mal der Arbeit schläft und überladen. Ich bin überladen. Ich bin über... Das ist doch wohl ein Witz. Was kann ich denn da machen? Kann ich, äh, Elli was geben? Nicht so wirklich, ne? Ich kann hier immer nur... Ich kann hier immer nur... Ausrüsten. Oh, man kann hier ja jetzt nichts zerlegen. Mir fehlt meine Werkbank. Dann müssen wir da jetzt durch. Ich kann euch hier nichts zurücklassen. Seid ihr bescheuert. Ah, das kriegen wir schon hin. Bin ich denn doll überladen? Ach, ganz leicht. Da wird der Herr, Herr Franconian nur drüber lachen. Wird er da lachen? Oh! Jetzt geht's bloß nicht mehr so schnell, ne? Das ist natürlich dann nicht von Vorteil. Die sind aber lästig hier, ne? Die sind echt lästig. Ich hätte mal einen Verkaufsautomaten nehmen sollen, aber da war ja keiner. Aber ich glaube, ich kann auch schnell Reisen machen, wenn ich überladen bin. Die haben es schon hinter sich. Der hat keine Beine mehr. Das ist natürlich ungünstig, wenn man fliehen möchte. Bitte, lass da ein Automaten sein. Ich bin 18. Ich bin 18. Und überladen. Ich bin fett. Oh, werden wir nachher schön verkaufen. Aber ne Werkbank wär schön und die ist hier richtig rar. Ich hätte natürlich im Raumschiff meine Waffen reparieren können. Aber jetzt sind wir gleich da. Und ich hoffe, dass wir denn ganz einfach... Wir haben zwei davon. Kann man hier jetzt nicht so schnell bewegen. Ah, der ist schon tot. Natürlich wird alles mitgenommen. Wenn überladen, dann richtig. Ja, das geht langsam. Langsam kommen wir in eine interessante Region. Hier ist nichts drin. Wie eine lahme Schnecke. Gar nicht. Hier oben ist bestimmt ein Schneckenautomat. Ansonsten habe ich ein Problem. Ich hoffe... Warte mal. Karte. Ich hoffe, wir haben dann nachher auch... Stimmt ja, ich kann ja... Fertigkeiten... Guck mal, Vorteile. Ich könnte bei Vorteile... Das machen... Das habe ich nämlich noch nicht gehabt. Das mache ich jetzt mal. Das kam ja praktisch, ne? Günstig. Praktisch günstig. So. Was machen wir denn jetzt? Lügen. Lügen ist gut. Ich habe noch fünf Punkte. Jetzt habe ich noch einen über... Ich mache mal hier jetzt Nahkampf. So. Das ist vergeben. Elli. Pavati. Die haben beide nichts. Gut, denn... Gehen wir mal gucken. Und jetzt ist hier aber zu. Da wollen wir aber nicht hin. Das ist ja kacke. Habe ich jetzt hier einen Schnellreisepunkt? Na, wenn, dann habe ich... In der Nähe von Gegnern kannst du nicht schnell reiten. Hier sind keine Gegner mehr. Ach, da hinten ist einer. Ja. Die kaputt. Na, endlich. Ah, was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Ach! Oh, guck. Ich kann springen. Kann ich noch? Die kann man gar nicht erkennen, die Bomben, ne? Ist hier irgendwo ein Automat? Aber hier kann ich weiter looten? Ja, haha, haha, haha. Haha. Aber wenn man so schläft, während des Dienstes, dann wird das bestraft, ne? Ist hier kein Verkaufsautomat? Hat sie gefallen? V war das? Achso, der ist schon tot. Das ist ja langweilig. Das ist Pavati. Das ist eine Leiche. Ich brauche Verkaufsautomaten. Hier muss doch sowas sein. Kann man noch hüpfen? Ja. Vorgesetzten überbringten. Vor sind flutlich. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gemacht habe. Nachrichtenterminal. Ach, da muss ich nach da oben fahren. Das schafft der Fahrstuhl doch gar nicht so voll, wie wir sind. Du hast da eben noch gesessen. Äh. Pfui. Der hat da eben noch gesessen. Das haben wir alle gesehen. Ach, der ist hier. Nee, doch nicht. Äh. Eine Registerkasse. Okay. Mehr nicht. Oder Registrierkasse. Ach, noch mehr Lund. Ich gehe kaputt. Was war das? Was war, was habe ich da gesammelt? Kann mir das mal einer sagen? Warum ist hier kein Automat? Ist hier denn wenigstens ein Schnellreisepunkt? Ja, okay. Schnellreisepunkt ist gut. Okay. Wir kehren hier gleich wieder zurück. Da ist kein Verkaufsautomat, aber ich kann wenigstens ein bisschen was loswerden, wenn ich hier sowas tue und auf zerlegen gehe und dann mal anfange. Oh, da war die harte Scheiße. Scheiße. Die hat drei Slots. Ja, jetzt bin ich gerade so unten drunter. So, gerade so. Die hat gar keinen Slot. Die auch nicht. Ich muss mal gucken. Da, da, ne, das sind unterschiedliche. Das sind die gleichen. Aber die hat wenigstens ein Slot. Die hat keinen. Das ist eine Plasma-Pistole. 280. 205. Die kann weg. Die hat da was drin. Ich habe ja noch nicht... Jetzt reparieren wir erstmal. Das macht mich nicht leichter, aber... Glaube ich... Zerlegen. Ich kann auch noch Rüstung zerlegen. Das sehe ich gerade. Genau. Zehn. Der kann weg. Wissenschaft. Ach, da haben wir noch einen. So, guck mal. Jetzt bin ich schon ein bisschen runter. Tüffeln tun wir nicht. Modifizieren. Die hat gar nichts. Oh, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Das ist... Taktische Schrotflinte. Nein, nein. Das ist die nicht. Wo ist denn mein... Der hat zwei? Ne, die haben alle schon. Das sind die Waffen, die ich einsetze. Die sind alle ausgeskillt. Würde ich sagen. Und das sind die Waffen, die die anderen beiden haben. Und da hat die hier noch gar nichts. Dann machen wir die jetzt erstmal... Gut. Und da haben wir noch ein paar Mal. Und da haben wir noch mal. Ich habe直接, wenn du siehst. Und da haben die eine Waffe. Das ist das mal.